Halt! Du willst deinen neuen Laptop wirklich gleich mitnehmen? Na, da rempelt dich jemand an und der fällt runter. Und wer weiß, ob die Person versichert ist? Wer zahlt dann den Schaden? Du! Nee, ich bin bei der Gotha versichert. Vergessen Sie Ihre Sorgen, denn mit der Gotha Privata Pflichtplus sind Sie zweifach abgesichert. Finanztest sagt, sehr gut. Jetzt Beitrag berechnen.